Dass bei Lufthansa Cargo die dreistrahlige MD-11 Stück für Stück durch die 777 in der Frachtversion ersetzt wird, das ist nichts Neues, das wissen wir schon eine ganze Weile. Aber was man da eventuell mal aus den Augen verlieren kann, ist die Tatsache, dass die MD-11-Teilflotte bei Lufthansa Cargo zum aktuellen Zeitpunkt nur noch überschaubar größer ist als der 777-Anteil in der Flotte. Da werden also deutliche Fortschritte gemacht und gestern schickte Lufthansa eine ganz besondere MD-11 in die Wüste und das ist Grund genug dafür, dass wir uns das ganze Thema McDonnell Douglas MD-11 bei dieser Fluggesellschaft mal etwas genauer anschauen. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen, ich hoffe es geht euch gut. Das besondere Flugzeug, um das es jetzt geht, ist die ehemalige Charlie November aus der Flotte der Lufthansa Cargo. Dieser MD-11 ist nicht mal 20 Jahre alt und es ist die letzte je gebaute MD-11 überhaupt. Das heißt, es ist die jüngste MD-11, die es auf der ganzen Welt gibt. Damit besteht die Flotte der Lufthansa Cargo zum aktuellen Zeitpunkt aus 16 Flugzeugen, 9 Maschinen vom Typ MD-11 und 7 Boeing 777 in der Frachtversion. Etwas mehr als 11 Stunden Flugzeit benötigte die Charlie November gestern auf dem Weg von Frankfurt nach Victorville. Als man da angekommen war, war da noch ein bisschen Zeit für einen sogenannten Low Approach. Das heißt, das Flugzeug flog einmal relativ tief über die Landebahn, startete dann quasi noch einmal durch, drehte eine Ehrenrunde und landete dann erst an diesem Flughafen. Eine Aktion, die man sich bei dem Anlass sicherlich mal erlauben kann. Jetzt nochmal ein kurzer Blick in die Vergangenheit. Frachtflüge werden bei Lufthansa schon seit Jahrzehnten durchgeführt. Erst allerdings seit ungefähr Mitte der 1970er Jahre mit einer hundertprozentigen Tochter namens German Cargo. Die waren lange mit Boeing 707 und auch Douglas DC-8 unterwegs. Wenig später gab es dann die ersten Maschinen mit wirklicher Lufthansa Cargo Aufschrift. Das waren zum einen Boeing 727, auf der DC-8 stand das dann auch nochmal drauf, aber vor allem eben auch Boeing 747. Und 1994 wurde dann Lufthansa Cargo als wirklich eigener Teil der Lufthansa Gruppe gegründet und steht seitdem eigentlich schon immer irgendwo auch für besonderes Fliegen mit besonderen Flugzeugen. Frachtfliegerei, die Cargo-Fliegerei hat natürlich immer so ihren eigenen Charme. Das kann man gut finden oder eben nicht, aber gerade bei Lufthansa Cargo legten die Flugzeugtypen dann immer nochmal ein bisschen was obendrauf. Bis ins Jahr 2005 war die Fluggesellschaft beispielsweise mit den eben angesprochenen Boeing 747 unterwegs und das waren Jumbos vom Typ 747-200. Diese begann man jedoch schon rund um die Jahrtausendwende durch McDonnell Douglas MD-11 zu ergänzen und dann natürlich auch zu ersetzen. Die McDonnell Douglas MD-11 in der Frachtversion hatte ihren Erstflug im Jahr 1990, war an sich ja eigentlich ein sehr modernes Flugzeug, als Passagiermaschine, als Nachfolger der DC-10, als Dreistrahler, aber eigentlich schon wieder zu spät. Drei Triebwerke für diese maximal mögliche Zuladung in Kombination mit dieser maximal möglichen Reichweite war schon damals wirklich zu viel. Das konnten andere Flugzeuge deutlich besser und der Airbus A340 oder dann auch der Airbus A330, die ihren Erstflug 1991 bzw. 1992 hatten, waren von Anfang an umweltenmodernere Flugzeuge. Und da half jetzt auch das in der MD-11 neu dazugekommene Zweimann-Cockpit nix. Das hatten auch alle anderen Flugzeuge in dieser Zeit. Zwar nochmal etwas später, aber ebenfalls in den 90er Jahren kam dann ja außerdem noch die Boeing 777 auf den Markt, die spätestens in ihren ersten erweiterten Ausbaustufen jegliche Vorzüge der McDonnell Douglas MD-11 übertreffen konnte. Der Flugzeughersteller McDonnell Douglas, der dann zu allem Überfluss ja 1997 auch noch von Boeing übernommen wurde, baute tatsächlich schon 1998, also gerade mal acht Jahre nach dem Erstflug der MD-11, die letzte Maschine als Passagierflugzeug. Danach wurden nur noch Frachter produziert. Denn dieses Flugzeug war definitiv ein besseres Frachtflugzeug, als es eine Passagiermaschine war und die MD-11 war im Cargo-Bereich auch sehr viel produktiver als alles andere, was es zu dieser Zeit auf dem Markt gab. Also man kann ganz klar sagen, dass die McDonnell Douglas MD-11 eines der besten Frachtflugzeuge seiner Zeit war. Klar, es gab die Boeing 747 schon damals, eben als 747-200 in der Frachtversion. Allerdings war die 747-200 nicht nur deutlich weniger modern als die McDonnell Douglas MD-11, sondern sie verbrauchte auch ganz einfach nochmal eine ganze Ecke mehr Sprit für vergleichsweise wenig zusätzliche Fracht. Die MD-11 hingegen war neu, bietet eine ganze Menge Platz, kann knapp 95 Tonnen Fracht mitnehmen und da kann der A330 oder auch der A340, die ja beide zu dieser Zeit neu waren, die können ja noch so modern sein. Frachtversionen gab es von diesen Flugzeugen zu diesem Zeitpunkt nicht. Und wenn, dann hätten sie auch nicht so viel schleppen können. Und auch die Boeing 767 als verlängerte Version als 767-300 wurde Anfang der 1990er Jahre ja noch nicht als Frachtversion produziert und ist außerdem mit einer maximal möglichen Zuladung von etwas weniger als 60 Tonnen deutlich kleiner als die MD-11. Mit anderen Worten, die McDonnell Douglas MD-11 war das perfekte Frachtflugzeug, zumindest für diesen Zeitraum Anfang Mitte der 90er Jahre. Und deswegen war von Anfang an ziemlich klar, diese Maschine wird seine Karriere als Frachtflugzeug machen. Und viele Passagiermaschinen wurden über die Jahre auch zu Frachtflugzeugen umgebaut und werden heute noch als solche genutzt. Das 61 Meter lange Flugzeug kam das erste Mal im Jahr 1998 als brandneue Frachtmaschine zur Lufthansa Cargo und insgesamt wurden es dann über die ganzen Jahre 19 Maschinen des Typs bei dieser Fluggesellschaft. Was schon eine nicht zu unterschätzende Menge ist, die am Frankfurter Flughafen im Cargo-Bereich schon ab und zu mal ein echt beeindruckendes Bild abgeliefert hat. Die Produktion des Flugzeuges wurde vom neuen Eigentümer Boeing dann aber doch recht zügig nach der Jahrtausendwende eingestellt. Auf der einen Seite ganz klar aufgrund von fehlenden Bestellungen und aufgrund von vielen Stornierungen von Fluggesellschaften, die das Ding eigentlich mal als Passagiermaschine nutzen wollten, es sich dann aber doch nochmal anders überlegt haben und eben bei Airbus oder bei Boeing Flugzeuge gekauft haben. Denn das ist nämlich der nächste wichtige Punkt. Boeing hat die Produktion der MD-11 vor allem auch aufgrund der eigenen Produktpalette eingestellt. Denn da bei Boeing war man ja jetzt voll und ganz damit beschäftigt, die 777 wirklich fit zu machen. Denn man hat da rausgefunden, das Flugzeug hat verdammt viel Potenzial, ist das perfekte Konkurrenzmodell zum McDonnell Douglas MD-11, funktioniert eben sehr, sehr viel besser und je schneller wir stärkere Triebwerke für die Maschine kriegen, umso mehr können wir aus diesem Flugzeugtypen rausholen. Und so kam es dann wenig überraschend, dass man bei Boeing im Jahr 2004 dann auch eine Frachtversion der 777 angekündigt hatte. Aber gut, ein paar Jahre zuvor, im Jahr 2001, konnte McDonnell Douglas dann aber doch nochmal die letzte MD-11 ausliefern. Das war eine MD-11 in der Frachtversion und, wie am Anfang des Videos bereits angekündigt, eben diese Charlie November für Lufthansa Cargo. Ganz nebenbei übrigens die 200. MD-11. Also die Stückzahl des Flugzeuges beträgt insgesamt 200 Maschinen, mehr hat man nicht ausgeliefert. Und das lag natürlich deutlich unter den Erwartungen von McDonnell Douglas. Mit dem 777-Frachter räumte Boeing einige Jahre später den kompletten Frachtermarkt dann einmal so richtig auf. Denn größer und gleichzeitig effizienter geht es zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht. Im Jahr 2009 ging Aerologic aus Leipzig mit der ersten hier in Deutschland registrierten 777, in der Frachtversion aber auch mit der ersten hier in Deutschland registrierten 777 überhaupt, nochmal so als Info nebenbei an den Start, und damit begann schon auch irgendwo ein Experiment für Lufthansa Cargo. Denn diese Gesellschaft ist neben DHL Express zu 50% Eigentümer der Aerologic. Heute sind tatsächlich bereits 14 Boeing 777 als Frachter bei der Fluggesellschaft aus Leipzig im Einsatz, und damit fliegt man eben abwechselnd Aufträge für die beiden Eigentümer. Die Boeing 777 als Frachter kann dabei über 100 Tonnen Fracht mitnehmen, und das maximale Abfluggewicht der Maschine liegt nochmal knapp 60 Tonnen über dem der McDonnell Douglas MD-11. Also nochmal ein halb voller Airbus A319 oben drauf. Gleichzeitig ist die 777 beim Start sogar fast so schwer wie die alte 747-200 in der Frachtversion, die ja auch lange Zeit bei Lufthansa Cargo im Einsatz war. Nur die 747 muss im Vergleich zur 777 auch nochmal über eine Tonne Fracht am Boden stehen lassen, und mit einer Reichweite von über 9000 Kilometern kann die 777 auch noch weiter fliegen. Also beim Thema Leistungsdaten ist die 777 der alten 747-200 ganz klar überlegen. Und dass das Ding deutlich effizienter ist, darüber müssen wir gar nicht erst reden. Und spätestens jetzt merkt man, okay, Lufthansa Cargo hatte die 747-200 als Frachter, ein riesiges Arbeitstier von Frachtflugzeug mit verdammt guten Leistungswerten, aber irgendwann ganz klar einer nicht mehr zeitgemäßen Effizienz, und die 777 ist ganz einfach die perfekte Ablöse für diese Maschine. Wirklich viel Platz für eine MD-11 war da gar nicht. Und dass diese Lücke überhaupt existierte in einem sehr überschaubaren Zeitraum, das liegt ganz einfach daran, dass Boeing mit der 777 als Frachter so lange gebraucht hat. Das heißt, die Lücke existierte zwar, aber es war dann auch schnell wieder vorbei. Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt heute gar keinen Grund, warum man eine MD-11, eine 777 vorziehen sollte. In dieser Größenordnung von Frachtflugzeugen gewinnt zum aktuellen Zeitpunkt ganz klar die Boeing. Ist ja logisch. Und deswegen muss die MD-11 bei Lufthansa Cargo jetzt so schnell wie möglich raus. Auch das ist irgendwie ziemlich logisch. Das heißt, Lufthansa Cargo hat seit 2015 insgesamt bis jetzt 9 McDonnell Douglas MD-11 Frachter abgegeben und seit 2013 dafür 7 Boeing 777 Frachter bekommen. Zwei weitere sind noch bestellt, und die sind nicht nur leistungsfähiger und leiser, sondern vor allem auch knapp 20% sparsamer als die alte MD-11. Dazu kommt, das Frachtgeschäft ist wahrscheinlich immer, aber zum aktuellen Zeitpunkt ganz besonders hart. Lufthansa kann hier gerade kein Geld verdienen. Man fliegt bei Lufthansa Cargo tatsächlich Verluste ein. Und das ist eben noch viel mehr ein Grund dafür, dass man die McDonnell Douglas MD-11 so schnell wie möglich loswerden muss. Und nicht nur das, sondern auch Piloten müssen die Lufthansa Cargo jetzt verlassen. Von aktuell etwa 470 Leuten im Cockpit der Lufthansa Cargo sollen Ende 2020 nur noch etwa 350 Leute übrig bleiben. Die, die dann weg müssen, die sollen aber alle einen Platz bei der Lufthansa Passage bekommen, also im Konzern ganz einfach weiter wandern. Und das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass die Flotte etwas verkleinert werden muss, was wiederum bedeutet, dass die MD-11 bis Ende 2020, also bis Ende nächsten Jahres, komplett aus der Flotte der Lufthansa Cargo verschwunden sein soll. Wenn möglich. Die Maschinen werden Stück für Stück von Frankfurt aus nach Victorville in die Vereinigten Staaten geflogen und dort werden die Flugzeuge entweder verschrottet, was auf der einen Seite natürlich sehr schade ist, auf der anderen Seite ist das bis jetzt aber auch mit nur zwei von insgesamt neun ausgeflotteten Maschinen passiert. Oder zweite Möglichkeit, sie fliegen bei einem anderen Betreiber weiter. Das heißt, die Dinger werden eventuell nur kurz zwischengeparkt, werden dann von einem neuen Betreiber übernommen. Das könnte jetzt beispielsweise FedEx oder auch Western Global Airlines sein. Das ist bis jetzt mit den restlichen sieben von den neun ausgeflotteten Maschinen passiert und könnte natürlich durchaus auch mit der nicht mal 20 Jahre alten Charlie November so passieren. Alles weitere ist ziemlich schwer vorherzusagen, für uns zumindest. Denn die zu teure Lufthansa Cargo verkleinert ihre Flotte, gibt MD-11 so schnell wie möglich ab und diese Dinger werden ja nicht eins zu eins durch neue 777 für die Fluggesellschaft ersetzt, sondern man verkleinert die Flotte, man könnte fast sagen, man wird gesund geschrumpft. Währenddessen wird aber die 50%ige Tochter Aerologic weiter gestärkt, übernimmt beispielsweise jetzt gerade eine Route nach Mexico City und bildet selbstständig sehr viel günstigere Piloten aus und bekommt dazu eben auch weitere neue Flugzeuge. Das, was da jetzt aber dahinter steckt, ist vor allem interne Verhandlungssache, Verhandlungssache wird in den nächsten Monaten und Jahren sicherlich noch für die eine oder andere Diskussion sorgen, aber das gehört nun mal dazu. Wir schauen uns währenddessen ganz brav an, wie eine MD-11 nach der anderen von Frankfurt aus nach Victorville geflogen wird. Schade um das dreistrahlige Flugzeug. So viel erst einmal dazu, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren vielleicht noch ein paar zusätzliche Informationen für den einen oder anderen von euch mit dabei. Und dann geht heute noch ein großes Dankeschön raus. Vielen lieben Dank an Sebastian für deine großzügige und tatkräftige Unterstützung bei meiner Patreon-Seite und vielen lieben Dank auch an die neuen Kanalmitglieder Marco und Maximilian. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank und tschüss. Vielen lieben Dank.